So, herzlich willkommen meine Daunod Herren! Eine Runde frei für alle auf Loaded. Ihr wisst es ist Freitag, das heisst wir jeden Freitag frei für alle Freitag. Das heisst, am Freitag wird jetzt immer eine Runde frei für alle zockt. Wer schnauft in sein Herz rein, was macht denn? So, es steht 18-0. Ob ich das noch aufholen kann oder nicht? Das sehen wir jetzt gerade. Darf ich mal wissen wo die sind? Äh, dann braucht man 11 Kills. Das ist praktisch unmöglich. Aber nicht komplett unmöglich, aber praktisch. So, Eis. Ja. Komm! 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 Ich habe es sogar noch bekommen. 5-0. Hier ist noch einer. 6-0. Ich habe noch 19-0. 3 Minuten Zeit noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Spezialistenbonus erhalten. 4 Minuten Zeit noch. 5-0. 5-0. 5-0. 5-0. 5-0. 6-0. 5-0. 6-0. 5-0. 6-0. 5-0. 5-0. 5-0. 6-0. 5-0. 5-0. 7-0. 7-0. Er läuft mir vorbei. Er ist der Geilste. 14-0 Jungs. 14-0. Der andere 19-0 kann ich rein kommen. Nein! Nein! Ich habe so schwitzige Hände heute. Ich rutsche immer vom Stick ab. Noch 1 Minute schaffe ich nicht. Ich kann nicht 15 Kills in 1 Minute machen. Ich weiss, dass die Zeit knapp wird. Ich muss alle keine laufen. Die laufen, die ist so komisch. Die Zeit knapp ist knapp. Die Zeit knapp ist knapp. Frei für alle Freitagions. Leider lassen wir die Zeit nicht mehr. Aber kurz sagen, ich habe gut gespielt. 19-0 habe ich gemacht. Ist doch easy. Aber kurz sagen, wir hängen gleich noch eine Runde hinten. Nein, nein, nein. Weil wenn die Lobby so bleibt, mache ich hier locker flockige Camstrike, würde ich mal sagen. Locker flockige Jungs, locker flockige. Er hat innerhalb von mehr als 3 Minuten die ganze 3 Kills gemacht. Die erste platzierte Mama. Nicht schlecht, Kollege, nicht schlecht. Ah ja, so Raine Jungs, so Raine. So Raine. Nicht rausgehe, drinnen bleiben. Voll die Chiller Lobby. Kommend Jungs, so Raine. Ja! Gleichwert! Freeway Orange Am besten! Wir haben vier Gegner Aber das reicht für einen Camstrike Ja! Frei für alle Freitag Ah, ist das herrlich Schreibt in die Kommentare Kommentiert, ob ihr das feiert Frei für alle Freitag Sonst mache ich es nämlich nie mehr Dann lohnt es sich nicht Aber falls ihr es feiert Jeden Freitag bin ich am Start Also ich versuche jeden Freitag am Start zu sein Uh, nice spawn Ja! Wie gesagt, vier Gegner Noch kurz synchronisieren 7,6,5,4,3,2,1 Let's go! So Hier höre ich einen Und wieder der mit seinem Totenstelle Mann Der gehört mir nie Der wird mich noch lange Einen Unglück Was? Was? Oh mein Gott, bist du schlecht Ich darf nicht Ich bleibe jemand Mit seinem Wookie-Costüm Den kann ich mich nicht erholen Ich habe es gewusst Der wird mich noch holen Mann Latino Mann Du Wichser Hurensohne Jetzt kann ich schon keinen Camstrike machen Nur weil du ein Missgeburt bist Nur wegen dem Was? 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 Hurensohne Hurensohne Ich fange gleich an zu heulen Nein, nein, nein Jungs Wir behalten unsere Kontenanz Und zocken einfach Gechillt weiter Ja, in der Runde geht sie gar nicht ab Kann ich gut jemanden hängen Was? Zeitliches Abkommen gesichtet Zeitliches Abkommen gesichtet Zeitliches Abkommen gesichtet Fingerfertigkeit Ich habe nicht gerade vorgekilled Halt er jetzt vor mir ab Ja Moin Ja Moin Ja Moin Ja Moin Ja Moin Ja Wünnen werden wir das sowieso Das betriffe ich mal gar nicht Das ist easy win Oh mein Gott Monsterlich Monsterleg Holy Shit Monsterleg Oh mein Gott Wenn ich jetzt Auf Cam gesehen wäre Und crepiert Wäre ich hätte mich zu tot aufgeregt Jungs Aber zu tot hätte ich mich aufgeregt Oh mein Gott Der Halt echt noch auf 12 zu 2 Keine wo der ist Dann gehen wir auch wieder Andere Seiten von dem App Gehen Gehen Ah Hatte ich doch Ah das ist der Das ist er Mit Trecker Visier wird er 2 platziert So ist das leider Wo ist er? Feindlicher Oracle Feindlicher Oracle Feindlicher Oracle Feindliches Abkommen gesichtet Fingerfertigkeit Auf die Gehen Ah Der ist schlecht Der ist richtig schlecht Von mir Da gebe ich zu Jungs Was? Ah das ist nicht rot Ich meinte nur ein Quickscope Guide Dann werde ich gerade Unserquitten Ich spüre es Und da haben wir jetzt ein Quickscope Guide Mann Das ist ein Wir gewinnen diesen Kampf Wir gewinnen diesen Kampf So machen wir noch mit dem Abschluss mit der absolut geile Waffe Hier Na Schön Spawn Trap So jetzt Schaut Schaut Ich will meine Skill beweisen Jungs Aber nein Ich will meine Skill nicht beweisen Schaut Ich will meine Skill nicht beweisen Ich will meine Skill nicht beweisen So eine gute No Hand Eine richtige No Hand Eigentlich Aber ja Er holt mich trotzdem auf Streak Was willst du machen? Ja, auf jeden Fall. Das wär's wieder gewesen. Oh mein Gott. Das wär's wieder gewesen mit Frei für alle Freitag. Hoffe euch hat's gefallen. Falls nicht, fickt euch. Falls doch, geile Siche. Darum behandeln wir jetzt das mit einem krassen 360! Na gut, der 360 wäre eh nicht krass gewesen. Darum. Dann können wir ihn trollen. Den wollen wir jetzt trollen, Jungs. Oder so. Oder so. Egal. Hoffe euch hat's gefallen. Auf jeden Fall haut rein. Bis zum nächsten Mal.